Driddhasana, die sogenannte Feststellung. Driddha bedeutet fest, feststehend und auch nicht nachgebend. Driddhasana ist die Bezeichnung für mehrere Asanas. Jude zeigt zwei davon. Zunächst lege dich auf den Boden und lege dich auf die linke Seite. Gib dabei die linke Hand unter die Wange oder Schläfe und den Ellbogen auf den Boden. Gib dabei das rechte Bein auf das linke und dann halte den rechten Arm neben dem Körper, sodass die rechte Hand auf dem rechten Oberschenkel ruht. Das ist Driddhasana 1. Es gibt noch andere Stellungen für Driddhasana. Driddha heißt die feste Stellung. Du kannst von hier auch die Hand auf den Boden geben und dich so unterstützen. Das wäre Driddhasana 2. Und aus Driddhasana kannst du auch Muskelstärkungsübungen machen. Zum Beispiel kannst du das obere Bein 10 Zentimeter heben oder 20. Das wäre Driddhasana 3. Driddhasana kann dir helfen, vor allen Dingen das Nasenloch zu öffnen. Wenn du also das rechte Nasenloch öffnen willst, dann übe Driddhasana, sodass die linke Seite unten ist. Du kannst auch den Kopf etwas tiefer halten. Wenn der Kopf parallel zum Boden ist, ist oft die Wirkung auf die Öffnung des Nasenlochs am stärksten. Ja, soweit zu Driddhasana, die feste Stellung, die Stellung, die insbesondere auch genannt werden kann. Dakshinasana, wenn du auf der linken Seite bist, öffnet sich das rechte Nasenloch. Deshalb Dakshinasana. Wenn du auf der anderen Seite bist, dann ist es Vamanasana. Das ist 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 Vamanasana.